Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr wieder dabei seid und während wir in Eutin heute zwei Gottesdienste feiern, freue ich mich auch, dass ich hier auch online zu euch sprechen kann heute. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich, bevor ich in mein Thema rein starte, wieder mal, wie ich das letztes Mal auch gemacht habe, ein Zeugnis erzählen, einfach um Gott zu verherrlichen und um, ja, einfach nochmal das weiterzugeben, was ich mit Gott in der letzten Woche erlebt habe. Und bei uns war das so, dass wir so ein bisschen so überlegt haben, finanziell war es so ein bisschen eng und es immer mal wieder, hatten wir aber noch so Posten, also es waren immer noch so Gelder, die irgendwo waren, aber die wir nicht bekommen haben, weil irgendwie jemand nicht schnell gezahlt hat, weil irgendwie uns irgendwo was weggenommen wurde oder noch einbehalten wurde. Es wurde, man musste hinterherlaufen und es war echt nervig. Und nun hatte ich in der Corona-Zeit einen Jobwechsel und für die erste Woche habe ich dann eine Sperrfrist erhalten und somit habe ich 350 Euro weniger an Arbeitslosengeld bekommen. Und dieses Geld, ja, dafür habe ich dann eine Ablehnung bekommen, als ich nochmal begründet habe, dass das ein Missverständnis war, dass ich, ja, ein Tag noch zu lange bei der Arbeit war und deswegen erst am nächsten Tag zum Arbeitsamt gegangen bin. Ziemlich komplizierte Geschichte, auf jeden Fall wurde es abgelehnt. Und das Zeugnis dabei ist, ich war vorher bei der Firma, bei der ich gearbeitet habe, war ich einen einzigen Tag bei einer Kollegin mit, die mich eingearbeitet hat. Und an diesem einen Tag ist sie mit einer Frau zu einer Rechtsberatung, einer kostenlosen Rechtsberatung in Wahlstedt gefahren, um ihre Rechtsangelegenheiten dort zu besprechen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, eine kostenlose Rechtsberatung ist einmal die Woche, eine Stunde. Und ich war da mit dabei und durfte da quasi angeleert werden als Familienhelfer. Und in dieser Zeit erwähnte die Anwältin, die dort war, einen Satz, den ich mir gemerkt hatte aus dieser Zeit. Ich weiß nicht mehr viel, was da beredet wurde, aber einen Satz hatte ich mir gemerkt. Und dieser Satz war, man solle doch, wenn man eine Ablehnung bekommt, auf jeden Fall immer Widerspruch einlegen. Und bevor ich diese Info dort bekommen hatte, hatte ich immer gedacht, Widerspruch einlegen, das ist schon, das machen Anwälte oder das macht man mit seinem Anwalt. Das ist ziemlich kompliziert. Ich hatte das noch nie gemacht und meistens hatte ich an dem Punkt immer aufgegeben. Gesagt, gut, ich habe eine Ablehnung bekommen, Widerspruch einlegen. Ich wusste gar nicht so genau, wie man das macht, was es so auf sich hat und welche Mühe das macht. Und diesen Satz hatte ich in dem Moment im Kopf, als ich diese Ablehnung bekommen habe. Und dann habe ich diesen Widerspruch geschrieben, habe einfach einen Text verfasst und habe ihn hingeschickt zum Arbeitsamt. Und als Antwort kam dann, jetzt gerade letzte Woche, ja eine Entschuldigung und dass mein Widerspruch stattgegeben wurde und dass ich das volle Geld bekomme. Und ich fand das so genial, dass gerade in dieser Zeit, wo man es jetzt, wo man es gerade gebraucht hat, kam plötzlich dann dieser Segen und das alles, weil ich zufällig oder nicht zufällig von Gott geführt an diesem einen Gespräch teilgenommen habe. Meine einzige Einarbeitung, der einzige Termin, den ich besucht habe und so eine wertvolle Information habe ich dort erhalten. Und das finde ich so genial, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir da immer wieder damit rechnen können, dass er durch Menschen oder durch Situationen zu uns spricht und wir da dann gesegnet werden, dann wenn wir es brauchen. Und das möchte ich euch auch mitgeben, wenn ihr etwas braucht, dann werft euer Vertrauen auf Gott und er wird zur rechten Zeit mit euch sein und euch unterstützt. Mein Thema heute, ich möchte heute über ein Tempel sprechen. Tempel ist das große Thema, das ich über diese Predigt stellen möchte. Und ja, wenn wir an Tempel denken, an was denken wir da? Meistens denken wir da an große Gebäude, an Paläste, an große Kirchen, Notre Dame, Taj Mahal oder ja, ganz, ganz, ich glaube, wir als Christen denken natürlich auch ganz viel an den Tempel in Jerusalem, der ja heutzutage nicht mehr steht. Aber ich war schon zweimal in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob ihr schon da wart, aber es ist nach wie vor beeindruckend, wenn man vor dieser Klagemauer steht, diese riesige Mauer und man weiß, das ist ein winziger Teil dieses Riesentempels und ein Teil, der heute noch steht und wo die Juden immer noch Gott anbeten. Und wenn man dann sieht, die Al-Akda-Moschee und der Felsendom und was da noch alles zugehört und wenn man vom Ölberg oben rauf guckt, dann sieht man, was für eine Riesenfläche einfach dazugehört. Und um diesen Tempel soll es jetzt am Anfang auch gehen. Ich möchte mit uns Psalm 132 lesen. Und da erstmal die ersten fünf Verse. Und da steht, Gedenke, Herr, an David und alle seine Mühsal, der dem Herrn geschworen und gelobt hat, dem mächtigen Jakobs. Ich will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch mich aufs Lager meines Bettes legen. Ich will meine Augen nicht schlafen lassen, noch meine Augenlider schlummern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, eine Wohnung für den mächtigen Jakobs. Das ist ein Psalm, man vermutet, dass der von Salomo geschrieben wird. Es ist nicht hundertprozentig klar, weil es steht kein Autor mit in dem Psalm drin. Aber es wird über David gesprochen und über die Entstehung des Tempels von Jerusalem. Und was mich so beeindruckt ist, dass David hier in diesem Psalm so beschrieben wird, dass er wirklich mit mit aller Kraft versucht hat, diesen Tempel zu bauen. Und wenn man denn seine Geschichte anguckt, David, der als Hirtenjunge zum König gesalbt wurde, der so lange darauf gewartet hat, bis er dann König wurde, der unter Saul gelitten hat und trotzdem demütig gewartet hat, bis Gott ihn einsetzt als König, hat viele Kriege geführt für Israel, wurde als Mann Gottes beschrieben in der Bibel. Und dann wollte er diesen Tempel bauen für Gott. Er wollte einen Ort finden, an dem die Stiftshütte, also die Truhe, in der die Gesetze drin waren und in der für die Israeliten die Gegenwart Gottes beheimatet war sozusagen und die Kraft Gottes herkam, auch um Kriege zu gewinnen und so weiter, dass diese Lade an einem, diese Bundeslade an einem bestimmten Ort abgelegt werden kann und dass Gottes Gegenwart dann dort wohnt. Und dafür hat David Material geholt aus allen möglichen Ländern. Aber Gott hatte dann zu David gesagt, nein, du hast viele Kriege geführt, du hast Menschen getötet, du hast, genau, du bist nicht derjenige, der diesen Tempel für mich baut, aber deine Generation wird es bauen, deine Nachkommen. Und so war Salomo dann derjenige, der diesen Tempel gebaut hat. Und dieser Tempel war gigantisch und bei der Einweihung des Tempels wird beschrieben im zweiten Chroniker, dass die Wolke des Herrn kam und die Herrlichkeit Gottes da war und keiner sich getraut hat, dazu zu kommen, weil Gott seine Herrlichkeit gesandt hat, weil Gott Gottes Gegenwart da war. Gott hat sich dazu gestellt und hat gesagt, in diesem Tempel möchte ich meinen Kindern begegnen. Und dieser Tempel war so heilig und dieser Ort, dass nur einmal im Jahr ein Priester, der hohe Priester, der oberste Priester hineintreten konnte und für das Volk Buße tun konnte. Und er musste sich reinigen und heiligen, weil er sonst nicht hätte eintreten können, weil er sonst gestorben wäre, weil er die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes nicht ausgehalten hätte. Und dieser gigantische Tempel, der Gottes Wohnung war, der hatte dann lange Bestand, dann wurde er zerstört, er wurde wieder aufgebaut und zur Zeit Jesu hat Jesus dann gesagt, dieser Tempel wird wieder zerstört werden. Und das ist passiert. Nach Jesu Kreuzigung ist es passiert. Und das ist der Tempel gewesen für die Juden, aber dieser Tempel, der existiert heute noch. Und darüber möchte ich heute mit uns sprechen. Wir gehen mal in eine neue, in eine nächste Bibelstelle und die steht im ersten Korinther 3, 16 und 17. Und da steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Und ich finde das so enorm, dass früher gab es diesen einen Ort, der die Herrlichkeit Gottes verkörpert hat. Und die Menschen sind von weit her gereist, sind hingekommen zu diesem Tempel, um Gottes Herrlichkeit auch nur ein bisschen zu erleben, um Gott zu begegnen, um für ihre Sünden Buße zu bekommen. Und dort war quasi die Wohnung Gottes, die Herrlichkeit Gottes und die Menschen haben diesen Tempel bewundert. Und nun war ja dieses Haus Gottes zerstört. Und Jesus hatte das schon vorher vorausgesagt. Und das war Gottes Plan, dass dieser Tempel nicht mehr dieser Tempel sein wird in Jerusalem. Und jetzt kommt Paulus im Korintherbrief und schreibt das den Korinthern und sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und hier streiten sich viele Theologen bei dieser Bibelstelle. Die einen sagen, es ist jeder Christ gemeint, aber die meisten, aufgrund dessen, was auch vorher steht, sagen, dass damit die Gemeinde gemeint ist. Mit ihr sind wir Gläubigen gemeint, die Mehrzahl. Und an anderer Stelle in der Bibel wird auch beschrieben, dass Gott sein Haus baut mit lebendigen Stein, mit den Gläubigen, mit Jesus als Eckstein, mit den Aposteln und Propheten als Fundament und dass diese lebendigen Steine zu seinem großen Haus oder auch an anderer Stelle zu einem Tempel erbaut werden. Und ich finde das so genial, diese Absicht Gottes, die wir da drin sehen. Am Anfang dieses eine Haus, das die Herrlichkeit ausgestrahlt hat und heute ist es die Gemeinde, die der Ort ist, an dem Gott wohnt. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott mit seiner Gegenwart ist, wo der Heilige Geist zu Hause ist. Und die Gemeinde hat den Auftrag, das, was dieser Tempel damals für einen Auftrag hatte, heute und zwar nicht an einem Ort in Jerusalem, sondern überall auf der Welt. Wir sind der Ort, an dem Gott wohnt. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gottes Herrlichkeit zu sehen ist, wo Gottes Gegenwart zu sehen ist und wo Menschen Buße finden für ihr Leben, wo sie umkehren, wo sie den Sinn und den Zweck ihres Lebens erkennen. Und ich finde das so gigantisch diesen Gedanken, welche Verantwortung und welches Privileg wir als Gemeinde haben, dass Gott mitten unter uns wohnt und dass Gott nicht irgendwo in der Ferne ist, dass er nicht irgendwo im Himmel ist, sondern dass Gott mitten unter uns ist und diesen Auftrag quasi in der Gemeinde weiterführt, den er damals schon in dem alten Tempel hatte. Nun sind wir dieser Tempel, aber wie gesagt, es hat auch, es bringt auch eine Verantwortung mit sich. Wenn wir den Vers 17 lesen, wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wer den Tempel Gottes zerstört und ich habe mich gefragt, wie kann man diesen Tempel Gottes zerstören? Letztendlich die Gemeinde ist nicht als Ganzes zu zerstören. Die Gemeinde wird verfolgt. Leute versuchen es, Christen oder das Christentum zu unterdrücken. Sie versuchen, einzelne Christen hinzurichten. Sie versuchen, das in ihrem Staat zu verbieten, an Jesus zu glauben und in eine Gemeinde zu gehen. Aber die Gemeinde an sich ist nicht zu zerstören, aber die Ortsgemeinde ist immer wieder angegriffen und das ist das, was wir erleben, auch in Deutschland. Wir haben hier vielleicht nicht direkte Verfolgung, die uns dabei stört, Gemeinde zu bauen, aber wir haben andere Störfaktoren, die uns immer wieder im Wege stehen. Sei es Neid, sei es Lästerei, sei es Verführung zur Sünde. Wir haben Sachen, die uns einfach darin stören, dass diesen Plan Gottes in die Welt zu bringen, die Herrlichkeit Gottes in diese Welt hineinzubringen, indem wir unter uns Unfrieden haben, indem wir einfach nicht diese Einheit leben, die der Heilige Geist bewirken möchte. Oder indem wir sagen, wir wollen gar nicht dazugehören zu diesem Tempel. Wir wollen uns nicht als lebendige Steine einbauen lassen, sondern wir wollen unser eigenes Ding machen. Und da verstehen wir, glaube ich, einfach nicht, wenn wir so denken, dass die Gemeinde Gottes heilig ist. Gott möchte Gemeinde bauen. Gott möchte Gemeinde haben. Und Gott hat diesen Plan gehabt, dass er Gemeinde in diese Welt hineinsetzt und eine Gemeinde entstehen lassen hat. Mittlerweile zwei Milliarden Menschen sind dabei in dieser Gemeinde. Und wenn wir durch die Vergangenheit noch gehen, sind es noch viel, viel mehr Menschen, die an Jesus geglaubt haben. Und Gott möchte dieses Bauwerk weiterbauen. Dieses herrlige, prachtvolle Bauwerk, diesen Tempel. Und es gibt da kein Limit bei Gott. Ich habe da in Lübeck das vorletzte oder das letzte Mal darüber gepredigt im September, dass wir uns alle als lebendige Steine einbauen lassen sollen in dieses Haus. Und für Gott gibt es keine Limits. Es gibt kein Ende. Dieses Haus kann so was von groß werden. Und er kann so viele Steine einfach einsetzen. Und es ist unser Auftrag, Menschen von der Herrlichkeit Gottes zu erzählen und Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen. Ich habe noch eine nächste Bibelstelle mitgebracht. 1. Korinther 6, Vers 19. Und da steht nochmal was über diesen Tempel. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Auch hier wird wieder von Tempel gesprochen. Und wie so oft im Neuen Testament gibt es immer diese beiden Bilder. Die Gemeinde ist der Tempel. Die Gemeinde ist das Haus. Die Gemeinde ist der Leib. Aber immer auch wir sind zum Beispiel der Tempel oder wir sind der Leib, in dem der Heilige Geist wohnt. Also Gott wohnt in jedem Einzelnen von uns. Und das ist das, was wir hier auch immer wieder prägen und was wir uns, glaube ich, auch immer wieder vor Augen führen müssen. Wenn wir irgendwo hingehen, dann ist Gott mit uns. Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Unser Geist ist mit dem Heiligen Geist verbunden. Und dementsprechend haben wir auch die Möglichkeiten des Himmels. Der Himmel ist offen und wenn ich irgendwo hingehe, dann ist Jesus dabei. Wenn ich für jemanden bete, dann ist die Kraft Gottes dabei. Und das ist auch der Grund, warum ich immer hinzutreten kann zum Thron der Gnade, dass ich immer vor Gott kommen kann und dass ich Gottes Gegenwart erleben kann und auch, um wieder in dem Bild des alten Tempel zu sein, aushalten kann und Gemeinschaft mit Gott leben kann. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er es ermöglicht, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, dass unsere Sünde besiegt wurde und es steht nichts im Wege, es steht nichts zwischen dir und Gott. Und das ist so genial und deswegen dürfen wir wissen, dass nichts unmöglich ist, dadurch, weil Gott mit uns ist. Eine ähnliche Bibelstelle noch, habe ich noch dazu. Epheser 4, ab Vers 1 bis Vers 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Und ich finde diese Schlusswendung auch nochmal so interessant. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen, durch alle und in allen. Und das führt auch nochmal so gut vor Augen. Gott ist über uns. Er ist derjenige, der alles unter Kontrolle hat, der alles sieht, der alles weiß und der einen Plan hat für unser Leben und der, der uns errettet hat, der unser Vater ist. Aber er ist auch derjenige durch alle. Also Gott wirkt durch uns Menschen. Er hat sich überlegt, dass er mit uns diese Welt verändern möchte. Das Reich Gottes ist jetzt nicht mehr limitiert an einem Ort, sondern das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das Reich Gottes breitet sich aus auf dieser Welt. Die Dimensionen Gottes sind nicht mehr fern, sind nicht mehr weit weg, sondern die Dimensionen Gottes sind mitten unter uns. Das Reich Gottes ist da, wo wir sind und wo wir es verbreiten. Und so wirkt Gott durch uns. Wenn wir für prophetisch reden, wenn wir für andere Leute etwas empfangen wollen von Gott, dann wirkt er durch uns und in allen. Und das dürfen wir immer wissen. Gott ist in uns. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ruben hat letztens darüber gepredigt. Christus ist mit uns. Wir dürfen wissen, wo wir hingehen. Da ist Gott mit dabei. Und da ist Gottes Liebe. Da ist Gottes Kraft und da ist Gottes Herrlichkeit. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir als Gemeinde es uns bewusst machen, dass wir dieser Tempel sind. Egal, wo wir sind. Ob wir in Eutin sind, da sind wir dieser Tempel als Gemeinde, an dem Gott wirkt, an dem Gott spricht und durch den Gott zu den Menschen spricht und seine Liebe weitergibt. Und das dürfen wir uns auch bewusst sein, dass wir auch das göttliche, diese göttliche Herrlichkeit, dass wir sie ausstrahlen. Und das sollen wir nicht für uns behalten. Da sollen wir nicht so eine elitäre Gruppe werden, sondern das ist von Gott so gewollt, dass wir Menschen erreichen, dass wir Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung bringen und das nicht für uns behalten. Und das ist genauso auch in anderen Städten. Dieser Tempel steht jetzt nicht nur in Jerusalem, sondern er steht da, wo Gläubige sind. Und das ist sowas von genial und es ist so mächtig. Und das dürfen wir uns bewusst machen. Und das ist das, was ich uns heute mitgeben wollte und was ich euch uns ins Bewusstsein rufen wollte, dass wir wirklich nicht nur ein Verein sind, der sich irgendwie trifft, um irgendwelche Programme zu fahren oder um irgendwie eine gute Zeit zu haben, sondern wir sind wirklich der Tempel Gottes. Wir sind die Repräsentanten Gottes. Wir sind Botschafter an seiner Stadt, sagt uns das Wort auch. Und deswegen haben wir auch einen Auftrag und diesen Auftrag dürfen wir leben. Ich möchte noch für uns beten. Ja, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du die Verbindung zu Gott hergestellt hast. Und du hast einen Plan mit deiner Gemeinde und du hast eine Berufung für deine Gemeinde. Und ich bete, dass wir uns dessen bewusst sind, was für eine, in was für einer Situation wir sind und dass dein Reich gebaut wird, Herr. Danke einfach, dass du uns alle gebrauchst und dass du uns so, so, so siehst und dass du begeistert über uns bist, Herr. Danke, Jesus. Amen. Ja, ich hoffe, diese Predigt hat euch angesprochen und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020